Hallihallöchen und Willkommen zurück bei Foundation So, ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind Aber ich glaube, ganz verschiedenen, vielen Ecken Wieso meist? So Wie war denn hier so die... Okay Uns fehlt es an... Ach, hier war eine Brücke am Bauern Ich erinnere mich Waage Was eine Waage Ein Mönch bittet um Audienz Hallo, Herr Mönch Ich behalte erstmal alles für mich Erstmal behalten wir alles für uns Kann nicht sein, dass da jemand kommt und uns alles wegnimmt So Steinmetz Steinmetz So Hier brauchen wir noch einen Bauern Schauts hier aus Hier bräuchten wir auch noch einen Bauern Hier kommt noch ein Brunnen hin Das ist schön Da haben wir einen Brunnen Und ein Holzfällerlager Und ein Holzfällerlager Beförderungen stehen vor... zur Verfügung Eine Goldschmelze ist jetzt zur Verfügung Ah, ja, ok Hier haben wir auch ein schönes Lager Schönes Lager Hier ist die Käserei Haben wir denn auch gemüden Käse? Ja, Käse haben wir auch ein bisschen Dann verkaufen wir hier nachher auch Käse So, unsere Fischerhüten Äh, Viecherhüten Unsere Viecherhüten Wie sieht's denn aus mit den Fischen? 85 Ok 96 Achso, das ist ein Wohnhaus So, alles klar Die verkaufen Fisch Brote Und Bieren Die Sammler sammeln Was recht praktisch ist Hier bauen wir schon mal eine Brücke rüber Das ist auch recht praktisch Ähm, ja Glashütte, Juwelenwerkstätte Alles klar Haben wir auch Ähm Wunderschön Jetzt geht's ein bisschen runter Weil, ja Wir haben ja irgendwie, äh, ja Wir haben ja nichts mehr frei So, Wohngebiete Hier könnt ihr jetzt bauen Wissen Bescheid Achso, das gehört gar nicht mehr an uns So Wie sieht's hier aus? Äh, hier davon Hier ist alles in Ordnung Wie is' gut Ist gut So So Du, 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 du Du, 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 du Hu, automatisch speichern Das ist schrecklich Doch hier ist mal wieder Aufs Neue Achso, guck mal. Zack, Schatz, kann man ein bisschen mehr Kohle machen. Ich überlege gerade, gehen wir hier rüber jetzt? Oder gehen wir doch lieber hier rüber? Oder dann doch lieber hier rüber? Ah, das ist super. Wir gehen hier rüber. Hopp. Ach, Quatsch. So, erstmal abbauen. Erstmal wird hier alles abgebaut. Und natürlich Wohngebiete. Hey, wir brauchen Wohngebiete. Woher geht das denn? Das sieht man gar nicht so richtig. So. Das erste, was wir bauen müssen, bauen müssen, ist die Brunne natürlich wieder. So. Und ne Brücke eigentlich. hier muss eigentlich ne Brücke wieder mal hin. Äh, so. Au, beginn. So. Hier haben wir nix mehr, alles klar. Der brüller nix mehr. Ähm, ja. Das ist, äh, ja. Baumeister. Mmh, 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 mmh. Äh, na, wenn dat. Wenn's fertig ist. Sind so viel zu tun? Äh, äh, äh. Kölzlager, okay. Lagerhaus. Sägewerk, da gehen wir nochmal einen dazu. Hier mal im Holzbrennerlager. Super. Milch, wir haben keine Milch mehr. Gut, Holzbrenner haben wir ja auch keine mehr. Können wir ja mal ne Priorität draufsetzen. Ah, die Kühe, du, bewegen sich und jetzt nicht so viel. Könnten ja hier nochmal ne Kuhfarm hinmachen. Äh, 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 Milchbauernhof. Ja, mögen die meisten vor allen Dingen. Zack. Und dann Baubeginn. So, Kirche sieht auch wunderschön aus. So. Da, La, 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 La. Machen die denn alle da? Ach so. Die warten auf, äh, schöne Zeiten. Das ist ein Wohnhaus. Okay. Da haben wir sogar schon Schlafräume. Wie sieht's denn hier aus mit Verfügbarkeiten und so? Verwundet, verwundet, verwundet. Mhm, 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 mhm. Wie wär's denn mal mit einer Mission? Wir senden einfach mal alle dahin. Zack. Dann haben wir wieder welche. So. Können wir nochmal welche hinschicken. Nochmal so in den ein oder anderen, äh, ähm, ausbilden. Ich hab kein Schwert mehr. Ich hab kein Schwert mehr, das gibt's ja dann. So. Beförderungen sind verfügbar. Da wollen wir nochmal ein bisschen B fördern. Ja, vielleicht sollte man nicht zu viel befördern. Ja. Das reicht. Das reicht doch erstmal. Oder? So. Ja, doch. Das wird so heißen. So. So. Da, 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 da. Da, da. Da, da. Da, da. So. So, la 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 la. La la. Klar, dann kriegen wir auch keine Ressourcen. Ungenutzt. Achso, ah doch, Käse wollte ich. Ich wollte auch Käse verkaufen, Mann. So, äh, ja, Stopp haben wir auch genügend. Die Schneiderei ist auch gut bedient. Hier entsteht scheinbar ein Wohnhaus. Wunderschön. Wunderschön. Wieso kommt hier eigentlich nie einer hin? Aha. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. So. Was entsteht denn hier? Ein Wohnhaus. Das könnte aber ein bisschen eng werden. Wunderschön. Aber eine Hecke will ich eigentlich nicht. 15 bürgerliche, dann kriegen wir eine Jagdhütte noch dazu. Oder eine Waffenschmiede. Das ist auch schön. Ein Kloster hätte ich gerne. Da brauchen wir echt einiges. Upsa. Da bräuchten wir wirklich einiges. Mandat auswählen. Der soll mal ein bisschen nach, äh, ne? Dingen suchen hier. So. Holzbretter. Komm schon mal auf. So langsam aber wieder nach. Ups. Ja, beide mal meine Truppen. Der Schneider ist am Schneidern. Und der Stoffer ist am, ja, jetzt aktuell kein Stoffer am Produzieren. Was macht der Heinrich denn? Heinrich, was machst du? Ich habe gerade ein paar Ressourcen. Äh, ich hole gerade ein paar Ressourcen. Wo bist du denn? Ressourcen. Warum holst du denn da hin? Ressourcen. Heinrich. Das geht nicht. Das geht mit dir. Wo holst du denn die Ressourcen, Junge? Wo holst du denn diese Ressourcen? Der war bestimmt noch vorher irgendwo futtern. Ich schwöre es. Es mangelt. Ja, es mangelt mir an einigem. Ah. Äh. So. Komm, wir machen einen doppelten Kauf. Umso mehr Spaß haben wir. So. Äh, so. 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 Hier können wir Wohngebiete, äh, ne? Aber hier, wie gut es geht. Uuuh. Wir können überall Wohngebiete. Hier können sie überall wohnen. Ach so. Jetzt können wir ja verbinden miteinander. Stimmt. Jetzt geht das ja. Ne. So. Was haben wir denn da? Hmhmhmhmhm. Das brauchen wir alles nicht. Das ganze Geholz hier, äh, gehölzt. Das ganze Zeug hier, das brauchen wir aber gar nicht. Juuuuh. So. Und dann machen wir hier, ne? Ganz fein. Äh, ne Sammlerhütte hin. Ne Sammlerhütte. So. So. Hö. Höfe. Ich sehe nichts. Das ist nicht gut. Äh, Baubegin. So. Holste zurück. Und jetzt brauchen wir noch ne, äh, ähm. Ein Holzfällerlager. So, Holzfällerlager. Und was wir natürlich auch noch brauchen, ist, äh, ein Sägewerk. Damit wir nämlich auch nochmal ein bisschen, äh, ne? So. Ein Sägewerk. Ja, gut. Man sollte natürlich erstmal hier, äh, fertigstellen, ne? Wir müssen ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Sag ich mal. Äh, um die Lungen. Um die Lungen. Werkstatt des Baumeisters. Das ist, glaube ich, eigentlich immer relativ gern gesehen nochmal. Hier, oder? So. Baubeginn. Gebäude. So. Verarbeiten. Hä? So. So extra. Dann mach ich mal den Weg kaputt. Dann mach ich mal doof. Die Brücke ist fertiggestellt. Wunderschön. Dann können wir echt, äh, langsam anfangen. Es mangelt uns an Brettern. Das muss man einfach mal zugeben. Und wie hat meine Tochter besucht und, äh, warum sind Mädels immer so laut? Hm? Ich weiß es nicht. So. Hup. Da bin ich denn jetzt gelandet. Da wollte ich doch gar nicht hin. Soll. Da wollte ich hin. Okay. Holzbräder sind echt, schau mal, uh, wenig. Also die Holzbräder kommen irgendwie aktuell nicht hinterher. Wir sollten vielleicht nicht so viel, äh, gerade an Holz und so weiter bauen. Vielleicht. Aber ich hab keine Ahnung. Haben wir eigentlich noch eine Bäckerei? Fällt mir gerade mal ein. Haben wir eine, haben wir eine Bäckerei? Okay. Ah ja, doch. Da gegenüber. Der macht hier schön immer brav Brot. Ist auch schön. Ach, die brauchen ja auch Bretter. Hui. So. Die brauchen ja auch Holzbretter. Jetzt gehen die ganzen Holzbretter hier rüber. Ja. 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 Ja.